Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal, Barbecue mit Sascha. Heute, eigentlich wollte ich es im Dutch Oven machen, aber ich habe das Problem, mein Nachbar seine Wäsche rausgehangen. Wenn ich da mit Holzkohle anfange oder mit Briquettes anfange, ich glaube der Streit ist vorprogrammiert. Das brauchen wir dann auch nicht. Das heißt, wir werden uns ausnahmsweise auch nochmal in die Küche bewegen, obwohl herrliches Wetter ist. Aber, wie gesagt, das Gesamtgericht kann jetzt auch im Dutch Oven gemacht werden. Jetzt machen wir es im Topf. Egal. Was mache ich denn? Ich mache eine Spaghetti-Soße und zwar Bolognese-Art. Warum Bolognese-Art? Es gibt dieses hundertprozentige Bolognese-Gericht nicht. In Italien ist das sogar vollkommen unbekannt, so wie wir hier das essen. Deswegen sage ich Bolognese-Art. Und was wir dafür brauchen, ist ganz einfach. Das kann ich an einer Hand abzählen, weil ich habe einen Zettel dazu gehabt. Wir brauchen. Ups. Wir brauchen Speck, Zwiebeln, Knoblauch, Möhre, Sellerie, das Hack. Habe ich nochmal Abgepacktes genommen. Einen Wein. Da habe ich einen Lieblichen genommen. Man sagt ja immer, mit dem trockenen Wein zum Kochen, super. Mir schmeckt es mit Lieblichen Wein besser. Und, da muss ich ganz klar sagen, wenn einem das besser schmeckt, nimmt man Lieblichen Wein. Fertig. So. Tomatenstücke. Lorbeer. Hier, Freunde. Borregalo. Habe ich mir jetzt extra einen frischen Zweig geholt. Und ein wenig, jetzt habe ich gerade zusammengedrückt, Basilikum. Das sind ein paar Blätter, die werden wir da schön rein häckseln. Die geben ganz tollen Geschmack an. Weil, auch schön frisch aus dem Garten. Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl. Das reicht. Wie ich das genau mache, seht ihr jetzt am Tisch. Es wird abartig warm. Deswegen habe ich mir noch eine Fruchtbuttermilch hier hingestellt. Die trinke ich gleich. Aber, weil wir jetzt grundsätzlich erstmal was Italienisches machen, der Espresso vor Ort muss sein. So. Ganz wichtig. Es muss jetzt erstmal geschält werden und alles vorbereitet werden. Vom Sellerie. Ich habe mir extra einen kleinen genommen. Braucht man nicht so viel. Etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, ich werde den jetzt hier schön dick abschälen, damit auch nichts mehr dran ist. Und dann in Würfel schneiden. So. Wie gesagt, da bin ich wirklich großzügig. Weil die Reste kann ich aktuell nicht gebrauchen. Ich habe das Ganze jetzt in so eine Rolle geschnitten. Das ist toll, weil... Dann schneide ich mir einfach die Scheibe runter. Einfach in Würfel. Kantenlänge 5 mm ungefähr, wenn es 8 sind, auch egal. Und das macht man halt mit dem gesagten kleinen Ding. Darauf dann das nächste Wurzelgemüse. Die Möhren. Die werden wir jetzt erstmal schälen. Da nehme ich tatsächlich sogar ganz gerne in Sparschäler. Das geht nämlich dann recht flott. Meine Frau benutzt gerne den Sparschäler, der so zum Ziehen ist. Ich mag lieber runter. Welchen Sparschäler nehmt ihr am liebsten? Falls ihr überhaupt Sparschäler benutzt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Oben und unten ab. So, und dann müsst ihr euch einfach eure Möhren mal angucken. Also die sollten jetzt nicht zu dick sein. Hat man nur so fingerdicke Möhren, dann schaltet man die einfach in Scheiben. Die hier sind jetzt so dick, dass ich die erst noch vierteln werde. Und wenn die geviertelt sind, schön in dünne Scheiben. Na. Das kann dann direkt mit zum Sellerie. Das kommt nämlich gleichzeitig rein. Merken, hartes Wurzelgemüse mit als erstes reinpacken, damit es eine Chance hat zu garen und weich zu werden. Wobei man da auch überlegen muss, will man es noch bistfest haben oder nicht. dementsprechend muss man ein bisschen mal mit der Temperatur, beziehungsweise der Länge der Garzeit spielen. Zwiebeln. Zwiebeln. So, die Zwiebeln in schöne kleine Würfel zerhackt. Knoblauch habe ich extra frischen gekauft. Schnappen wir uns mal drei Zehen. Die haben sich erstmal geschält. Und dann mache ich jetzt wohl ein feineres Messer. Dann wird das in haufeine Scheiben geschnitten. Ich schneide also noch in Streifen. Klingt mit den Handschuhen nicht so gut schön gepackt, wie ich eigentlich möchte. Das kann somit zu den Zwiebeln. Da muss man nur nachher ein bisschen aufpassen, wenn die Hitze an den Topf kommt, dass der Knoblauch nicht verbrennt, da wird er nicht bitter. Aber Zwiebeln werden auch bitter, wenn sie verbrennen. Ja, das war es eigentlich schon. Wie ihr seht, ich habe hier noch Pfiffges liegen. Die sind gar nicht in dem Rezept vorhanden. Hatte ich überlegt, ob ich sie reinpacke. Habe mich dann aber kurzfristig dagegen entschieden. Das heißt, jetzt geht es an den Herd. So, ich lasse den Topf mit ein bisschen Öl aufheizen. Gleichzeitig kann ich den Bacon rein tun. Der ist vorgewürfelt. Ich hätte jetzt auch ein Stück holen können und den selbst würfeln, aber wozu mehr Arbeit machen, als es sein muss. So, ein bisschen verteilen. Und der wird jetzt einfach nur ein bisschen angeknuspert. Das dauert ein bisschen. Richtig schön ein bisschen Farbe annehmen. Und den Geschmack abgeben. So, hat jetzt nicht so lange. Die dauert zwei, drei Minuten. Dann packen die Zwiebeln dazu. Die sind Knoblauch. So. Wenn das ganze Glas geworden ist, können wir es rausholen. Braucht es auch nicht ganz sauber zu sein, die leckt nur raus. Der Topf kommt wieder raus. Das Fett, was unten uns reicht, nämlich. Und dann kommt das Rinderhack rein. Das lassen wir krümelig anbraten. Das krümelige Anwarten macht man nun, indem man die Masse auf dem Boden verteilt. Und kurz wartet, bis es anbrät. Und dann kurz durchrührt. In drei Stunden, vier Stunden. Ich? Ich? Warum nicht so lange? Weil ich eine Bolognese frisch mache. Jetzt nehmen wir uns das Gemüse, das Wurzelgemüse und packen das dazu. Gleichzeitig dann wieder die Zwiebeln und den Knoblauch. Ein bisschen aufpassen, dass es nicht unten ansetzt. Dann kommen unsere Blätter da rein. Den Oregano habe ich als kompletten Stil reingeschmissen, damit wir ihn nachher einfach so wieder rausfischen können. Die sollen nämlich einfach nur den Geschmack abgeben. Der Basilikum kann ganz rein. Dann nehmen wir uns den Rotwein. 0,2 Liter. Das hier sind jetzt 0,25. Deswegen lasse ich da nie. Den Rest drin. Oh, der riecht gut. Ich habe die Tomaten vergessen. Die tut man normalerweise rein, bevor der Rotwein reinkommt. Die Säure von beiden und dem Tomaten gegen den ganzen richtig intensiven Geschmack. So, wo haben wir das Pfeffer. Schön frisch gemahlener Pfeffer drauf. Nicht zu knapp. Kann auch ein guter Teelöffel sein auf jeden Fall. Nachher mal abschmecken. Dann das Salz. Laubeerblätter. 4 Stück. So. Die jetzt nicht beim Rühren kaputt machen. Die werden nachher wieder rausgefischt. Der Herd wird deutlich runter gedreht. So. Dann 1,75 Liter Wasser. Rein theoretisch hätte man das jetzt mit Gemüsebrühe machen können. Beziehungsweise Fond. Ich habe... Wo ist es? Nehme hier so Rinderbrühe. Da kommt dann... Ja, das ist jetzt ein Teelöffel gewesen. Mehr ist nicht drüber. Ein bisschen noch. Also sag mal anderthalb bis zwei Teelöffel. Oh, das riecht hervorragend. So. Das darf jetzt drei Stunden, vielleicht vier Stunden vor sich hin köcheln. Und dann würde ich sagen, zwischendurch gucke ich mal. Röre ich mal. Wer seid ihr dann mit dabei? Ansonsten, das riecht schon hervorragend. So. Kleine Zwischeninfo. Jetzt ist so 20 Minuten sind jetzt um. Das Wasser hat jetzt eine Temperatur erreicht. Das heißt, ihr seht dieses ganz, ganz leise köcheln. So und nicht mehr wollen wir das haben. Zwischendurch durchrühren, damit sich unten nichts am Boden festsetzt. Ansonsten heißt das jetzt einfach nur warten und Geduld haben. So. Vier Stunden später. Ne, gar nicht wahr. Moment. Doch. Vier Stunden später. Das Ganze ist ziemlich einreduziert. Ich habe ein bisschen von der Flüssigkeit rausgeholt. Und hier das Gemüse meiner Frau gemacht. Aber das war nur eine Kelle. Mehr war es nicht. Das hier will ich gleich noch anticken. Aber dazu hole ich erst die Sachen hier raus. Hier sind die Stäbe und ähnliches. Ich werde das jetzt mal runter nehmen. Also wie gesagt, ich habe es jetzt zum Schluss gerade noch hoch gedreht, damit ich noch so ein bisschen mehr verdampfen kann, weil ich brauche jetzt die Platte. Das heißt, das Ding geht jetzt nach hinten auf die kleine Platte und kann dann noch ein bisschen köcheln. Wie gesagt, nachher noch anticken. Und dann war es das schon. So, hier wird ein Spaghetti gemacht. Ich habe das Wasser schon gesalzen. Ich weiß, das macht man nicht, bevor es heiß ist. Aber Tipp. Ingwer. Gar nicht viel. Das reicht schon. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt werde ich erst mal das ganze Grünste rausholen, was da nicht rein gehört. Ich weiß gar nicht, ich würde es gar nicht weiter anticken. Das lassen wir so, wie es ist. Das sieht nämlich sehr gut aus. Das wird man probiert. Ob wir noch nachwürzen müssen. Also, ich gehe davon aus, dass es sehr heiß ist. Aber es duftet unheimlich. Sehr heiß. Boah. Ist das Bombe. Da mache ich gar nichts mehr dran. Das ist absolut spitze. Genauso soll es sein. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat und dieses kleine Spin-Off in meiner Küche noch mal in Ordnung war, lasst mir einen Daumen hoch da. Lasst mir einen Wohlwolle einen Kommentar da. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Da kann ich es gerne verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Bis dann!